Stell dir vor, dein Lehrer stellt dir im Abitur folgende Aufgabe. Stellen Sie den Kulturkampf inhaltlich und chronologisch gegliedert dar. Alles, was du zur Beantwortung dieser Frage brauchst, erfährst du in diesem Video. Als Kulturkampf bezeichnet man den Streit zwischen dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck und der katholischen Kirche, genauer gesagt mit Papst Pius IX. Der Kulturkampf war ein zentraler Bestandteil Bismarcks Innenpolitik. Ursache war der ideologische Konflikt zwischen dem modernen deutschen Nationalstaat und der konservativ-hierarchischen katholischen Kirche. Zu den Auslösern des Kulturkampfes zählt neben der Gründung der Zentrumspartei, einer katholischen Partei im deutschen Kaiserreich, vor allem das Unfehlbarkeitsdogma von 1870. Das war ein Erlass des Vatikans, in dem festgelegt wurde, dass der Papst unfehlbar sei. Diese Übermacht der Kirche passt Bismarck gar nicht, weshalb er den Einfluss der katholischen Kirche in Deutschland zurückdrängen wollte. Dazu ergriff er ab 1871 zahlreiche Maßnahmen. 1871 löste er die katholische Abteilung im preußischen Kultusministerium auf. Ebenfalls erließ er 1871 drei Gesetze. Zum einen führte er in Preußen die staatliche Schulaufsicht ein. Er löste damit die Schulen also von der Religion. Der Kanzelparagraf verbot es Geistlichen im gesamten Reich, sich in ihrem Amt, also zum Beispiel während einer Predigt, zu politischen Angelegenheiten zu äußern. Mit dem Jesuitengesetz verbot er alle Aktivitäten des Jesuitenordnen im Deutschen Reich. 1873 erließ Bismarck die sogenannten Mai-Gesetze. Damit führte er das Kulturexamen ein, welches staatliche Prüfungen in Philosophie, Geschichte und Literatur für jeden Geistlichen voraussetzte. Das Expatriierungsgesetz von 1874 ermöglichte es, gegenüber geistlichen Aufenthaltsbeschränkungen zu verhängen oder sie gar aus dem Land auszuweisen, wenn sie sich nicht an Bismarcks Maßnahmen hielten oder oppositionellen Tätigkeiten nachgingen. 1875 führte Bismarck in ganz Deutschland die Zivilehe ein, die es in Preußen schon seit 1874 gab. Jedes Ehepaar musste sich jetzt standesamtlich trauen und in ein Register eintragen lassen, also quasi so, wie wir das auch heute noch kennen. Bismarck erließ 1874 noch zwei weitere Gesetze, die allerdings beide nur in Preußen galten. Mit dem sogenannten Brotkorbgesetz strich er alle staatlichen Zuschüsse für die katholische Kirche. Außerdem verbot er alle geistlichen Orden. Entgegen Bismarcks Erwartung gewann die katholische Zentrumspartei massiv an Stimmen, seine Strategie war also nicht aufgegangen. Nach dem Tod Pius IX im Februar 1878 endete der Kulturkampf in einem Kompromiss. Die Kirchengesetze wurden gemildert, Zivilehe und staatliche Schulaufsicht blieben dafür erhalten. Bismarck schloss also offiziell Frieden mit der katholischen Kirche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.